Servus Leute und herzlich willkommen wieder zurück auf meinem Kanal. Ich bin es mit dir, euer Grafs Nekule und Aldi. Leute, ich war jetzt bei meinem Mate gewesen, äh den lieben Toni Aldi. Und ja, er sagte zu mir, Bro, ich hab hier ein richtig geiles Getränk für dich, das El Toni Mate, alter. Ja man, ich check's nicht. Wieso nennt er das Mate, alter? So, hä? Ich mein, was kommt als nächstes El Toni, Bro? Oder was auch immer. Ja, egal. Er sagte, Mate, nimm das und let's go. Das ist jetzt hier ein Cold Brew Mate Tea aus Südamerika. Bro, was zum Fick ist ein Mate-Tee? Alter, der Tee für deine Mates. Egal, verfeinert mit Guarana und Zitronensaft. Eine einmalige Mischung, die er frischt und belebt. Ja, da gucken wir mal hier richtig rein, Aldi, was der Toni uns hier gezaubert hat, Aldi. Ja, schnuppert schon mal lecker. Boah. Aldi, das schmeckt ja nach Aschenbäche. Toni, bist du behindert, ey? Was'n das? Ey. Junge, noch nie sowas getrunken, ne? Noch nie sowas getrunken, ne? Schmeckt richtig wie... Mann, es schmeckt wie Pfeifentabak. Aldi, es schmeckt nach Pfeifentabak. Ey. Kennt ihr das? Ihr raucht ne Pfeife? Ihr geht raus, es regnet, die Pfeife geht aus wegen dem Regen, ist nass. Nächsten Tag stinkt's in deiner ganzen Wohnung nach nassen Pfeifentabak von gestern Abend, ey. Das ist ey, Toni's Mate. Bro. Vergiss es, Toni. Vergiss es. Du machst mich krank, Alter. Du machst mich krank, Junge. Bis zum nächsten Video. Euer Gast Nikolai.